Wenn ich die Augen zu mache, sehe ich sie die Komplementär haben, so ein realistisches Ding. Und dann guckst du dir persönlich an und jeder andere wird wahrscheinlich lachen, der aus derselben Sport ist. Ja, aber dann redest du eigentlich nur noch, wenn du zusammen bist über irgendwelche solche Themen, oder fast nur noch. Also mir ist das aufgefallen... Das ist so schnell, wenn du davon einen Zeitraffer machen würdest, wäre es echt Zeit. Ja, ja, ja. Eine Slow-Mop-Aufnahme, meine ich. Ich weiß genau, was du dir das... Check-Me-Aufnahme. Check-Me-Aufnahme. Was ganz schlimm ist, ich gucke ja gerne Filme und manchmal meine Szenen gefällt, ich spule sie so lange, sie fülle immer wieder und gucke sie mir an und gucke sie mir an. Oder ich sage meiner Hammer-Mama, ich gucke immer voll die schöne Szenen, gell? Und sie hoppt dauernd nett irgendwas und guckt zwischendurch drauf, guckt dann wieder und ich so, dich interessiert's gar nicht. Und das ist halt einfach die Begriffen für die Szenen. Das versteht keiner. Das ist manchmal einfach die Musik und die Szenen. Ja, ich weiß. Die Atmosphäre, die Atme. Ich weiß genau, was du meinst. Das kenne ich sehr gut. Aber wenn es immer darum geht und immer nur über den Film geredet wird, dann ist das schon ganz streng. Nee. Deswegen wollte er halb tags irgendwo arbeiten, um einfach auf den Abwälzigen zu hören. Klar. Das ist dasselbe mit Models. Wenn du mit Models zusammen bist, oder irgendwas mit denen hat, dann reden die nur über den Scheiß, Mann. Watte essen. Watte essen, essen Watte? Nein. Ja, aber das ist auch nur Stimmelsschlaberei. Die essen auch nur ein Ei am Tag. Ein hartgekochtes Ei. Super scheiße. Ja klar, ich esse auch gerne. Das ist doch geil. Du hast gutes Essen. Ich brauche nicht in ein Restaurant zu hoffen, um den Salat zu nehmen. Ganz sicher, ich weiß. So, jetzt bestellt's man. Nr. 16.... Nr. 16.. Nr. 16.. Nr. 15.. Z комп ab und fließt die Nummer 15.. Töber 17.. Nr. 16..